Fünf Arten von Teamspeak-Nutzern User joined your channel Hi Hello from the other side Ich glaub, du sollst lieber zu DSDS gehen, nicht hier Der Sänger User joined, 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 okay Okay Der Sänger User joined your channel Ja kurz, wie fix, ey, verdammt nochmal, das ist so voll der Scheiß, nix funktioniert und aah, das ist so der Scheiß Und dann kämpfen die alle noch und verstehst du was, ich meine, das ist alles so voll der Scheiß Und ich versteh das einfach nicht, wieso, wieso das ist alles so scheiße und dann vorher ist mir in der Küche was runtergefallen, so ein Scheiß Der Flamer User joined your channel Hi Hallo Hallo Hi Hallo Hallo Der Nichts-Sager User joined your channel Hi Wow, was ist bei dir denn los? Wird bei dir gerade umgebaut, oder was? Ja, ähm Okay Ne, ich bin nicht auf einer Baustelle Alles klar bei dir Okay Okay Der, der umbaut Jo, das war's mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr von diesen 5 Arten Videos mit Sketchen haben wollt Wobei es nicht wirklich ein Sketch war Dann schreibt es doch in die Kommentare Und wenn ihr Bock habt zu uns auf den TS zu kommen, dann Maximal.Nidrato.net und dann können wir ein bisschen quatschen Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video und tschüss! 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 Tschüss!